So, dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen einlagern. Die 64 Silver Coins. Das Inventar, das ist hier einfach zu voll. Das geht ja mal gar nicht. Hab ich dir ja gesagt. Ich kümmere mich drum. Ich bin überfordert. Das ist einfach viel zu viel. Magst du mal eine Truhe machen? Ob ich eine Truhe machen soll? Ja, kann ich machen. Aus Holz und aus Eisen. Dann müsste ich mal in die Kiste, damit ich da Eisen aushole. Jetzt kannst du. Iron Bar. Ich glaube, zwei braucht man dafür. Ah, da ist er doch. Ich hab mir gerade gesucht. Zwei Eisen braucht man dafür. Wie viele soll ich denn machen? Mach mal zwei. Das wird dicker reichen. Okay. Wir werden ja hoffentlich irgendwann mal doch nochmal andere finden. Wo stellen wir die denn am besten hin? Hör mal, das sieht doch interessant aus hier. Das kistenschwingende Ungetüm. Na, die Tür kriegt man in die Richtung nicht mehr auf. Das ist doch sehr sinnvoll. Ich glaube, wir sollten unsere Hütte etwas erweitern. Ja. Na, so. Oh. Wo mache ich denn hier? Gut. Wollen wir mal den Hammer aus der Hand werfen. Okay. So, jetzt habe ich hier das auch mal alles. Oh, wir haben zu viel Kupfer. Aha. Ja, definitiv. Ich hole mal alles, was nichts mit... Ja, sprich dich mal nicht aus. Ja, ich musste kurz nachdenken. Ähm, alles, was nichts mit Eisen und Münzen zu tun hat, hole ich mal hier raus. Ja. Okay. Das war falsch. Was kann ich eigentlich? Äh, wo war denn... Das haben wir heute schon mehrfach festgestellt. Tür. Eine Tür brauchen wir jetzt mal. Danke. Was denn? Du hast mir deinen Hammer zugeworfen. Ach so. War wieder sehr sinnvoll. Da haben wir eine Door. Was ist das hier eigentlich oben? Äh, was denn? Dieses... Diese komische Ecke da. Äh, weiß ich auch nicht. Also, das ist echt komisch. Das hat sich irgendwie so dahin gezaubert. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Das musstest du... Oh, das war, glaube ich, falsch. Ich muss damit noch ein bisschen üben. So, jetzt ist es richtig. Bau erstmal fertig. Bau erstmal das Holzgestell fertig und dann füll das alles aus. Jajaja, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Oh, nee, das war falsch. Das geht schon nicht. Man muss die wirklich reinsetzen. Interessant. Wo ist denn das Holz? Hier haben wir das Holz. Mein Gott. Jetzt hagelt es die Sterne. Äh. Nee, das war wieder falsch. Hör mal. Ich habe noch... Ich habe noch ein bisschen... Wooden Wall für dich. Ja, das ist doch schön. Ja, ganze 10. Die sind jetzt in der Kiste drin, in der ich gerade stehe. Ja, ich komme gleich. Ja, wir brauchen mal diese... diese Lampen. Die stehen, ne? Die stehen dann, genau. Kannst du ja mal machen. Auch am Crafting Table, wenn ich... Ja. Weil dieser Mining Helm, den kann man hier auch bei unserem Merchant kaufen. Bei Walter. Kannst du dir gleich mal angucken. Ich weiß nicht, ob den du jetzt auch ansprechen kannst. Im Moment rede ich gerade mit dem. Ich will dem ein paar Sachen andrehen. Mal hin, 3 Silber. Gut. Jetzt kannst du ihn ja mal ansprechen. Ja, im Moment. Dann kannst du mal gucken, wie viel dieser... Helm kostet, den ich nämlich gerne haben würde. Äh, das ist der Helm da. 8 Gold, ja. Ist doch gut. Ist doch voll billig und so. Kannst du ja mal in Copper Coins umrechnen. 80.000. Richtig. Ja, hast du zwar lang für gebraucht. Nö, ich... Ja, hab ich halt lang für gebraucht. Äh, wo ist denn die Wall? Hier oben, der. Achso, sagt das doch. Ja. Hab ich da oben noch mal das Loch? Ich packe hier nur momentan gerade noch ein paar Sachen rein. Hast du noch Kopfwebs? Ja. Kannst du die mir mal eben zuschmeißen? Das war zwar die falsche Richtung, aber... Die gute Absicht zählt. Genau. Oh, immerhin fünf Seide. Ja, dann. Ich bin dann auch ganz stark dafür, dass du demnächst mal eine Rüstung bekommst. Ich hätte auch nix dagegen, wenn du eine bekommst. Ja. Ähm. Keine mehr? Ne, hab ich nicht mehr. Interessant. Ich verschwinde noch mal kurz ein bisschen aus dem Bild. Okay. Ich bin immer gleich wieder da. Ähm, wo kann man denn Roten Wall machen? Äh, die musst du am Crafting Table machen können. Am Working Bench. Dirt Wall. Ah, da. Da brauchen wir ein bisschen mehr von. Ja. Denke ich. So. Dann gucken wir mal, dass wir das hier oben noch alles ausgekleidet bekommen. Weißt du, ob hier hinten noch mal Wasser war? Weil ich wollte jetzt gerade mal die Wasserflaschen befüllen. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Hier sind nur jede Menge Bäume. Oh, das war's dann schon mit der Wooden Wall. Da muss man wohl wirklich einiges von machen. Ja, die verbraucht sich sehr, sehr schnell. 108 ist dann doch ein bisschen mehr. Wie viel hattest du denn vorher? 64. Damit guckt man wirklich nicht weit. So. Ich war noch nicht genug. Das gibt's ja gar nicht. Oh, wir haben drei Kanickel hier. Drei Hasen. Haustiere. Wie glatt die Türe abgebaut. So. Da ist es wieder. Äh, da wurde ein Wall. Naja, wirklich richtig wenig fehlt da nur noch. Das kenne ich. Meistens geht das doch den letzten paar Metern aus. Stopp, stopp. Da waren wir. Doch. So. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück. Okay. Dann sieht man mich gleich auch mal wieder. So. Jetzt haben wir alles. So. Jetzt können wir uns auch die andere Chest nehmen und hier mal hinstellen. Das war nicht so geplant. Egal. Da passt sie auch hin. Richtest du das dann auch gleich ein? Äh, was? Richtest du das dann gleich auch ein? Mit Tischen und Stühlen? Müssen die alle eingerichtet werden? Ja. Okay. Damit wenn hier nochmal neue Leute hinkommen. Zwei Tische und zwei Stühle. Genau. Damit wenn neue Leute hinkommen, dass die dann da, oder, damit wir Platz haben. Damit neue Leute hier einziehen können. Nee, das war wieder falsch. Ja, ich muss sagen, das Haus sieht recht hässlich aus. Warum? Ich finde das voll schön. Plattenbau, ey. Ja. Wie soll man denn da ein Dach machen? Ach, kann man auch machen. Man kann da, man kann richtig schöne Sachen bauen. Wir können uns eine ganze Burg hier hinsetzen, wenn wir wollen. Ich bin nun mal, ich bin immer noch auf der Suche nach Wasser. Ich bin gleich wieder da. Hier ist es doch schon. Dann ist das halt der Burgfried. Was willst du eigentlich? Mein Gott. Dann bauen wir uns halt hier eine Burg rein. Warum eigentlich nicht? Warum bauen wir keine Burg? Warum bauen wir keine Burg? Weil das ziemlich viel Aufwand ist. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt spannend. Ach, das ist doch bestimmt spannend. Eine richtig schöne Burg hier. Bestimmt voll toll. So. Eingerichtet. Fertig. Ja. Bottled Water. Ähm. Heilt 20 Leben. Oh, das ist auch nicht schlecht. Und die kann man stapeln. Das ist ja echt praktisch. Dann mache ich mal ein paar Flaschen für uns. Fertig. Würde ich mal so sagen. Ich will die Kiste aufmachen. Ich will nicht mit der reden. Du unterhältst dich schon mit Kisten. So weit ist es schon mit dir. Die kriege ich die Kiste nicht auf. Ah, so. Hier kriege ich die. Die kriege ich auf. Wo? Da, so. Jetzt hat es dann. Was macht denn Walter hier draußen? Keine Ahnung. Mein Gott, Walter. Am Amethyst tue ich auch mal hier oben rein. Ja, genau. Da habe ich auch schon welche drin. Hä? Wo? Hier ist nichts. Mein ich da. Dann unten. Ne, die habe ich dann unten. Dann habe ich die unten. Hast du Bomben irgendwo? Ja. In meinem Inventar. Achso. Ja, dann lasse ich die auch laufen. In meinem Inventar. Hm, wo kann man sich jetzt Flaschen erstellen? Am Tisch? Also am Crafting Table? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mein Gott, wir haben so viele Steine. Ja. Ja. Deswegen bin ich auch auf die Burg gekommen. Ich glaube. Ja, ich frage mich jetzt immer noch, wie man hier die Flasche craften kann. Das stört mich ein bisschen. Das kann ich dir nicht sagen. Da das doch mal ganz interessant wäre. So, alles in den Kisten. Oh, ja. Nichts, 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 nichts. Das wäre vielleicht intelligent, wenn man Glas herstellen will, dass man auch Sand im Inventar hat. Ah. Okay, das sprechen wir da nicht weiter an. Das leuchtet ein, ne? Ja, das leuchtet sehr ein. ana, daaun. Wow.